Feigenkaktus Der Feigenkaktus ist eine tropische Kaktuspflanze aus Nordamerika und ist mittlerweile auch in den Mittelmeerregionen zu finden. Aus den gelben Blüten entstehen aromatische Fichte, deren K-Absatzzeichen niges Fruchtfleisch geschmacklich an Birnen erinnern. Diese ballaststoffreichen Fichte ästheten und F-Absatzzeichen werden die Verdauung. Die frischen oder getrockneten Blüten sind erstärkend. Hauptanwendungen Verdauungs-Absatzzeichen rangehen, Heilwirkung Blasenstückend, erweichend, hantreibend, Krampfle-Absatzzeichen sind, Prostatastarkend, erstärkend, Verdauungs-Absatzzeichen, wundheilend, Anwendungsbereiche Volksheilkunde Blasenstückung, B-L-Hangen, Kr-Ämpfe, Skorbut, Verdauungsschke, Darmkuliken, Wunden Rom-Absatzzeichen-Opati Darmst-Absatzzeichen rangehen, wissenschaftlicher Name Opuncia ficus indica Pflanzenfamilie Cactenixe, Cactace Englischer Name Indianfic-Opuncia Volkshemlicher Name Feigendistel, Feigenkaktus, Feigenopunti, indische Feige, Kaktusfeige, Nupal, Nupalitos Verwendete Pflanzenteile Blüten, Füchte Inhaltsstoffe Ballaststoffe, Beta-Carotin, Beta-Seed-Steren, Farbstoffe, Indikaxanthin, Isohemnating-Lukosid, Mineralstoffe, Vitamine Sammelzeit Blüten, Feier Füchte, Juli-November Feigenkaktus Obst Da die Frucht aus den Dornen hat, sollte man die Frucht zum Beispiel mit einem Papierkinntuch anfassen Die einfachste Zubereitung ist die Frucht der Innen nachzuhalbieren um sie mit einem L-Absatzzeichen-Fehl-Aus-Zill-Absatzzeichen-Füllen Die Kerne werden mitgegessen F-Absatzzeichen-Ded und S-T-R-K-T die Verdauung T Aus den frischen oder getrockneten Blüten kann man einen Tee herstellen, der Blasenskend und Prostataskend ist Blüten Frische Blüten sind erstärkend H-Absatzzeichen-Opati Aus des frischen B-Eltern und Blüten wird ein Mittel gegen Darmst-Absatzzeichen-Rangen wie Darmkuliken und B-Elhangien gewonnen Geschichtliches In Mexiko wird die Kaktusfeige schon seit etwa 9000 Jahren angebaut und noch inner geerntet Die Blüten dienten den Indianern zur Erstärkung und zu mythisch-reliche Absatzzeichen-Sennzwecken Die Kochenia-Laus lebt auf der Kaktusfeige und liefert einen roten Farbstoff Kakteen wurden in Europa als magischer Schutz gegen Eindringlinge in H-Usern aufgestellt Mittlerweile wird die Kaktusfeige auf allen Haienkontinenten und im Mittelmeerraum angebaut In einigen geeigneten Regionen verbreiten sich die Kaktusfeigen wie Unkraut Zeitweise kann man die Fichte im Supermarkt kaufen Auch als Topfpflanze kann man den Feigenkaktus kaufen Pflanzenbeschreibung Feigenkaktus Der Feigenkaktus ist in Nordamerika heimisch RWCHSD bevorzugt in tropischen und subtropischen Klima Die mehrige Pflanze wird bis zu 5 Meter hoch Der Feigenkaktus kann zu niedrigen Ptschen, aber auch Baumfabsatzzeichen nämlich wachsen Die kurzlebigen gelben Orangenbilden sind etwa 6 bis 10 Zentimeter groß Aus den Bilden entwickeln sich die Kugelf-Absatzzeichen mit bis ovalen runden Fichte, die zwischen 5 und 10 Zentimeter groß werden Die gelben bis braunen Fichte enthalten kleine Samen-Absatzzeichen Anbautipps Der Feigenkaktus vergeht Tee keine Fr-Absatzzeichen Stee, daher sollte er in Tee-Absatzzeichen Pfen kultiviert werden Im Winter kaum gehen im Sommer mehr Der Feigenkaktus vergeht Tee keine Stau Der Feigenkaktus vergeht Tee keine Fr-Absatzzeichen Sammeltipps Sind die Fichte bei der Ernte noch nicht richtig reif, die Fichte nachreifen lassen Je nach Sorte werden die Fichte mit der Zeit dunkelgelb, rot-orange oder braun Die Fichte gibt es zeitweise in der Obstabteilung von Supermitten unter dem Namen Kaktusbirne, Kaktusfeige, Kaktusfrucht oder Rohfägel Da die Bücken empfindlich sind, müssen diese vorsichtig aber zuglich getrocknet werden